In diesem Video möchte ich Ihnen einen anderen Sortieralgorithmus vorstellen, der bedeutend schneller ist als Insertion Sort. Es ist nicht der schnellste Algorithmus, aber seine Idee ist besonders interessant, weil er eben auf Rekursion beruht. Rekursion haben wir bereits gesehen und das werden wir auch hier jetzt anwenden. Die Hauptidee von Merch Sort oder eben Verschmelzen und Sortieren, so eine Art der Deutsche, da gibt es eigentlich keinen richtigen deutschen Begriff dafür, ist die Folge. Hier habe ich mir was vorbereitet bereits, ein ganz kleines Array, eine ganz kleine Liste von Zahlen, die wir jetzt sortieren möchten. Und es funktioniert folgenderweise. Es ist die generelle Idee, die bei vielen Algorithmen auch Anwendung findet, der sogenannte Divide and Conquer, oder teile und herrsche. Das ist ein allgemeines Konzept in vielen verschiedenen Algorithmen, wo es darum geht, ein größeres Problem in kleine Probleme aufzuteilen. Zum Beispiel eine Liste von nur einem Elementen zu sortieren, ist eigentlich überhaupt nicht kein Problem mehr, denn es ist nur noch ein Element drin. Aber auch eine Liste von zwei Elementen zu sortieren, ist auch relativ einfach. Entweder es ist so rum oder es ist so rum. Mehr braucht man eigentlich da nicht zu tun. Und genau hier kommt auch das Konzept von Merch Sort. Das teilt die Liste in kleineren Listen auf, weil sie so klein und trivial sind, dass sie elementar zu sortieren sind und danach fügt er sie wieder zusammen. Wobei wir gerade, wobei wir schon bereits gesehen haben, dass Zusammenfügen von sortierten Sachen oder eben zum Beispiel ein Element in eine vorsortierte Liste reinzufügen, ist relativ einfach. Und das werden wir hier benutzen. Also, wie funktioniert Merch Sort? Diese Liste, die wir hier haben, muss ich jetzt grob aufteilen in zwei Teilen. Wobei es relativ egal ist, ob sie wirklich genau gleich sind oder eben um eins sich unterscheiden. Grob teilen wir sie in zwei und versuchen dann, die so entstandenen Listen zu sortieren. Jetzt habe ich eine fünf, sechs, Entschuldigung, eins, fünf, sieben, eins und eine acht und zwei. Die sind immer noch nicht trivial zu sortieren. Trivial sind entweder leere Listen oder Listen mit nur einem Elementen. Und ich teile sie weiter auf, indem ich wieder hier die zwei Elemente nehme und hier den einen und hier teile ich sie wieder so rum. Jetzt habe ich hier die fünf und die sieben und hier habe ich nur noch die eins. Das hier ist bereits trivial, aber der Rest noch nicht. Und hier habe ich die acht und die zwei. Die sind auch bereits trivial. Machen wir hier die Pfeile. So. Die jetzt kann ich relativ einfach, ich sage relativ, weil man sich da ein bisschen eindenken muss und das erklären wir auch gleich. Die drei hier, also die hier kann ich bereits zusammenfügen, aber hier bin ich ja noch nicht fertig. Deswegen mache ich hier erstmal fertig. So. Jetzt habe ich hier die fünf und die sieben. Und jetzt beginnt, das war der Teile-Schritt. Ich habe das Problem in so viele kleinen Probleme aufgeteilt, bis sie trivial geworden sind. Und tatsächlich fünf zu sortieren oder die sieben oder die eins einzeln gesehen, ist eigentlich überhaupt kein Problem an sich. Da muss man gar nichts sortieren. Jetzt haben wir diese Elementarproblemchen vor uns und jetzt kommt der Herrscherschritt. Der Schritt, wo ich das alles wieder zusammenfüge. Wie funktioniert das? Ich füge sie so zusammen, dass sie sortiert sind. Das heißt, die fünf und sieben zu sortieren, bleibt es eigentlich genauso, wie es ist. Ich muss nur gucken, wer grösser ist, wer kleiner. Und das Ergebnis, jetzt machen wir das alles in blau hier, ist eben wieder fünf und sieben. Die eins zu sortieren ist auch einfach. Das ist einfach nur die eins. Und genau das Gleiche, damit sie auf eine Linie hier kommen, mache ich eben hier mit den anderen zwei. Und jetzt muss ich sie wieder miteinander einfügen. Das heißt, das muss jetzt zusammengefügt werden. Und jetzt kommt so ein Zipperverfahren, genau wie auf der Autobahn, wenn man Reißverschlussverfahren fahren möchte. Die Autos kommen, die kommen zwar links und rechts einfach hier eins rein. Hier werden sie sortiert in einen Reißverschluss rein sortiert. Das heißt, ich gucke mir erstmal die ersten Elemente beide. Ich weiß, dass die Unterlisten sortiert sind, dass diese sortiert ist. Also das hier ist sortiert und das ist an sich sortiert. Das heißt, ich muss jetzt nur die zwei ersten Elemente betrachten. Und je nachdem, wer grösser ist und wer kleiner ist, ich nehme den kleineren und tue ihn ganz nach vorne. Das ist jetzt sozusagen weg. Das kann man sich auch so vorstellen, dass wir es hier weggenommen haben. Und ich habe jetzt nur noch die fünf und die sieben. Die kann ich direkt daneben platschen, weil die ja sowieso sortiert ist. Das war relativ einfach. So, und jetzt die acht und zwei ist auch einfach. Ich muss die ersten Elemente vergleichen. Die zwei ist kleiner als acht, also kommen sie zuerst rein und alles, was übrig blieb, kommt an zweiter Stelle rein. Das heißt, hier habe ich zwei und acht. Und wenn ich jetzt die beiden hier miteinander zusammenfügen möchte, dann muss ich genau das gleiche Prinzip anwenden. Ich betrachte diesen Elementen mit diesen Elementen. Das ist eins und die zwei und tue sie in die richtige Reihenfolge rein. Und tue erstmal das kleinere da rein. Entschuldigung, ich tue das sehr kleinere rein. Das wäre dann die eins. Jetzt haben wir die eins wieder weggenommen. Jetzt sind die ersten Elemente der verbliebenen Listen zwei und fünf. Ich muss sie nur vergleichen. Was ist kleiner? Die zwei. Dann kommt eben die zwei hier rein und von hier raus. Jetzt habe ich als erste Elemente die fünf und die acht. Das kleinere ist fünf, also kommt sie rein und verschwindet von der Liste. Und die sieben und die acht. Die sieben ist kleiner, also rein damit und verschwindet von hier. Jetzt kann ich keine Vergleiche mehr anstellen und eventuell ist diese Liste sogar länger. Ich kann die acht und alles, was da noch eventuell übrig bleibt, kann ich jetzt reinnehmen. Und so bekomme ich meine sortierte Liste mit ziemlich wenig Aufwand und mit einer Art, nicht mit einer Art, sondern mit einer Rekursion drin. Das heißt, ich teile zuerst in ganz kleinen Schritten, in ganz kleinen Problemchen. Diese Problemchen füge ich wieder zusammen und zwar nach bestimmten Regeln, die automatisch danach eine sortierte Liste vorgehen. Natürlich kann ich auf diese Art und Weise sie nicht nur von klein auf groß sortieren, sondern genau umgekehrt. Ich muss nur diesen Vergleich immer umgekehrt machen. Das heißt, als erstes Element in die neue Liste kommt das größere Element rein und dann automatisch sortiert sich das komplett neu. Das ist die Idee von MerchSort. Ich möchte aber Ihnen auch noch die Pseudocodes von den beiden Schritten, von dem Teilen- und von dem Herrschenschritt oder Divide and Conquer vorstellen. Der Python-Code dazu können Sie sich allerdings runterladen. Das ist doch ein bisschen länger geworden und das überlasse ich Ihnen sozusagen als kleine Hausaufgabe, um zu Hause sich das nochmal genauer anzuschauen. Hier habe ich mir was vorbereitet und zwar den Pseudocode von der MerchSort und zwar von dem Teilen, also da, wo es aufgeteilt wird. Das ist relativ einfach zu verstehen, nämlich, betrachten wir das doch mal zusammen. Hier die allererste Zeile sagt nichts weiter, außer wenn die Länge von diesem Array, also das kommt ja das Array an sich, wird ja hier reingegeben als Parameter in diese Funktion. Und wenn die Länge von diesem Array kleiner oder größer, kleiner oder gleich 1 ist, das heißt entweder nur ein Element oder ganz leer, dann schicke ich u zurück. Das heißt, der Array, entweder leer oder genau ein Element, wird genauso wie er es zurückgeschickt, also entweder leer oder mit einem Element. Sonst betreibe ich folgendes. Ich splitte den Array, den ich in dieser Funktion als Parameter gerade reinbekommen habe, in zwei Teilen, L und R. Die müssen ungefähr gleich groß sein, aber natürlich wird es nicht immer klappen, nämlich genau, wenn man eine ungerade Anzahl von Elementen hat. Dann rufe ich einmal Merge Sort, also genau diese gleiche Funktion, das heißt rekursiver Aufruf, von dem linken Teil der Liste und einmal rufe ich es für den rechten Teil der Liste auf. Und am Ende, wenn ich sie zurückbekommen habe, genau diese zwei Listen, die ich jetzt sortiert zurückbekomme, die werde ich dann nach diesem Reißverschlussverfahren miteinander zusammenfügen mit einer Funktion, die wir noch hier noch nicht betrachten, nämlich Merge R und L. Das heißt jetzt, die zwei müssen zusammengefügt werden. Es ist tatsächlich genauso, wie wir es im Beispiel davor gesehen haben. Der rekursive Aufruf ist, wenn ich hier zum Beispiel vier Zahlen habe, dann wird es genau in der Mitte hier geteilt. Dieser Teil wird einmal aufgerufen und mit diesem Teil wird aufgerufen. Die werden dann in vier und zwei zerfallen und so weiter und so fort, bis es eben nur noch Listen gibt mit null Elementen oder nur mit einem Elementen. Dann wird die ganze Rekursion so eine Art zurückgefaltet, das heißt immer wieder weiter zurückgefaltet mit dieser Merge Funktion. Wie sieht sie aus? Die Merge Funktion ist eben ein bisschen komplizierter, aber es funktioniert genau nach diesem Reißverschlussverfahren, die ich davor erklärt habe. Hier werden wir erstmal eine leere neue Liste erzeugen, da wo sozusagen die zusammengefügt werden. Und dann vergleiche ich immer wieder den ersten Elementen von einer Liste bis eins und vergleiche sie und das kleinere kommt in die neue Liste rein. Das größere verbleibt, wo es ist. Dann wird es aber entfernt, das heißt ich vergleiche es dann wieder und so weiter und so fort. Wenn die beiden Listen, wenn eine dieser beiden Listen links und rechts alle ist, dann wird nochmal geprüft, ob die andere vielleicht nicht noch etwas übrig hat. Das wird noch am Ende reingeklatscht und zurückgegeben ist die sortierte Liste. Aber auf diese Art und Weise Listen zu sortieren, die eben zwei sortierte Liste miteinander zusammenzufügen, ist bedeutend einfacher als eine lange Liste eigentlich von neu zu sortieren. Und das ist eben die Idee von diesem Teilen und Herrschen oder Divide and Conquer. Und wie bereits erwähnt, können Sie den Python-Code dazu online sich angucken oder herunterladen und ausprobieren und mit ganz vielen verschiedenen Listen ausprobieren. Dort habe ich auch wieder ganz viele Prints eingebaut, damit man die einzelnen Schritte richtig schön verfolgen kann. Dankeschön. Dankeschön.